Es ist der 25. Oktober 2017. Ich sitze mit René, dem Sohn Heinrich Bülz, in einem Kölner Lokal. Was, würden Sie sagen, ist das Wichtigste, das von Ihrem Vater für uns heute Bedeutung haben sollte? Frage ich. Bülz überlegt und sagt schlicht, Freiheit. Und nach einer Weile, ja, Freiheit und soziale Gerechtigkeit, das auch. Heinrich Bül, der Schriftsteller, der Deutsche, der Künstler, der nicht künstlich über Heimat resonieren musste, weil er Heimat hatte in der Kunst, weil er fest verwurzelt war in einem Deutschland, das ihn und seinesgleichen entwurzelt hatte. Ohne Künstler wie ihn, der unbeeindruckt von elitärer Besserwisserei und Überheblichkeit seine Menschlichkeit, seine Glaubwürdigkeit ausspielte, für ein besseres, ein liberaleres, ein offenes Land, das nicht an der Elbe endete. Ohne Künstler wie Heinrich Bül wäre der Wandel der 60er und 70er Jahre der Bundesrepublik nicht möglich gewesen. Und die Heinrich-Böhl-Stiftung gäbe es nicht, jedenfalls nicht so. Bül als Bürger für etwas, das wir schon fast als verstaubtes Requisit vergangener diktatorischer Epochen ansahen, über das wir heute aber verschärft sprechen müssen. Haltung. Bül 1977. Es ist der Segen und das Kreuz des Rechtsstaates, dass er auch die rechtmäßig behandeln muss, die sich gegen das Recht vergangen, das Gesetz gebrochen haben, ob als Mörder oder Dieber, als Entführer oder Betrüger. Das Recht steht über Stimmungen, Volksmeinungen, Umfragen, Statistiken. Es steht über Schlagzeilendemagogie und tagespolitischer Spekulation. Das gesunde Volksempfinden hat sich in der Geschichte meistens als krank erwiesen und nicht nur im Lande der hässlichen Deutschen. Wenn es außer ihrem erklärten Ziel das Ziel der Terroristen ist, innenpolitische Konfrontation zu schaffen, so sind sie auf dem besten Wege, dieses Ziel zu erreichen, schrieb Böll im deutschen Herbst 1977. Er zeigte Haltung, eckte an mit seinem Vertrauen in dem Rechtsstaat und seinem Misstrauen gegenüber dem sogenannten Volksempfinden. Jene, wie er es nannte, merkwürdig schwer zu definierende Instanz, die man das Gewissen zu nennen pflegt, trieb ihn zu einer unbestechlichen Haltung, die Unbedingtheit der Menschenwürde nicht nur zu benennen, sondern ihr durch Tun Ausdruck zu verleihen. Und diese Einheit von Reden und Tun brachte ihm mehrere Hausdurchsuchungen, eine Hetzkampagne der Springerpresse und den Literatur-Nobelpreis ein. Es gibt eine Tradition der Einschüchterung jener Künstlerinnen und Künstler, die die einträchtige und einträgliche Verquickung korrupter, illegitimer und illiberaler Eliten stören. Viele Künstler, Kolleginnen zogen sich tatsächlich zurück und ließen sich fortan nicht mehr laut vernehmen. Nicht so Heinrich Böll. Ich nehme einen Rang nicht schon als Würde, sondern die Würde muss durch die Person in den Rang hineingebracht werden. Dann bin ich bereit, auch ein wenig Respekt zu zeigen. Ob jemand Minister ist oder Kellner, ich habe einen Respekt vor den Menschen, auch vor dem Menschen, wenn er Minister wird, erklärte er in einem Fernsehinterview 1967. Da war er 50. Und gefragt, woher seine Haltung komme, gab er zwei Quellen an. Die erste, eine nachweislich permanente Ablehnung der Obrigkeit, der weltlichen wie der kirchlichen in der Gegend, aus der er stammte. Die Rheinländer waren immer rebellisch. Die zweite nannte er Milieuverdienst. Ein Gemisch von Bohem, Proletariat und Kleinbürgertum, in dem er aufgewachsen sei, wobei die Elemente immer stark wechselten. Innerhalb der Wirtschaftskrise hatten schon die Eltern jeden Respekt vor der bürgerlichen Ordnung verloren, die sichtbar zusammenbrach. Böll, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die endete im Faschismus, da ist dieses anarchistische Element entstanden, das in der Ablehnung irgendwelcher Vorschriften bestand. Behördliche Vorschriften oder Vorschriften des Wohlfahrtsamtes, die existierten für uns nicht. Hinter diesen beiden Gründen aber, die niemand von uns herbeizaubern kann, weil die wenigsten von uns Rheinländer sind und um mich als Berlinerin wäre es auch schlecht bestellt, und eine Wirtschaftskrise so ungeheuren Ausmaßes, die meisten von uns nicht direkt betroffen hat, hinter diesen beiden Quellen jener unbestechlichen Haltung der Humanität, die Respekt vor den Menschen hat, aber Verachtung für jedes autoritäre Machtgehabe, gibt es einen tieferen Grund, der den Horizont aufreißt und uns zurückführt zu dem, was sein Sohn René als Vermächtnis beschrieben hat. Heinrich Böll war Künstler, nicht Politiker, nicht Influencer, nicht Meinungsmacher, schlicht Künstler und Kunst. So erläuterte er 1966 in Wuppertal, braucht einzig und allein Material. Freiheit braucht sie nicht. Sie ist Freiheit. Es kann ihr einer die Freiheit nehmen, sich zu zeigen. Freiheit geben kann ihr keiner. Kein Staat, keine Stadt, keine Gesellschaft, kann sich etwas darauf einbilden, ihr das zu geben oder gegeben zu haben, was sie von Natur ist, frei. Wenn sie Grenzen überschreitet, nach wessen Meinung ist ganz und gar gleichgültig, wenn sie zu weit geht, dann merkt sie es schon, es wird auf sie geschossen. Wie weit sie gehen darf oder hätte gehen dürfen, kann ihr ohnehin niemand vorher sagen. Sie muss also zu weit gehen, um herauszufinden, wie weit sie gehen darf. Aus der Freiheit der Kunst erwächst die Freiheit des Gewissens. Und die gelebte Gewissensfreiheit ist Haltung, ist Mut. Für Böll eine Selbstverständlichkeit als Künstler, der sich wehrte, das haben wir im Film gerade gesehen, gegen diesen Ehrentitel, Gewissen der Nation, weil er sich nichts anderes vorstellen konnte, als ein freier, von Vorschriften für das eigene Denken befreiter Mensch zu sein. Was Böll in der Wuppertaler Rede ausführt, ist nichts weniger als die Begründung seiner Haltung als Künstler, als einem, der Grenzen überschreitet, zu weit geht, so weit, dass es schon fast als Einmischung verstanden werden kann, in Angelegenheiten, die den Künstler nichts angehen. Aber dann eben doch, wenn es um die Würde der Menschen in entwürdigenden und freiheitsraubenden Diktaturen geht. Seine Forderung an die Politik war klar und verständlich. Ihre Aufgabe sei es, den moralischen Druck in einen politischen zu verwandeln und das heuchlerische Konzept der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten aufzugeben. Wir Autoren, Böll wieder, sind die geborenen Einmischer. Wir mischen uns ein in die Rechtsprechung und Kulturpolitik der Sowjetunion, der GSSR, Spaniens, Indonesiens, in die Volksrepublik China, in Kuba und in Mexiko. Das klingt idealistisch, ist es aber nicht. Einmischung ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Bölls Aufzählung der Länder, in denen Künstlerinnen und Intellektuelle verfolgt werden, deckt sich nicht ganz, aber in manchem mit den sich schließenden Handlungsspielräumen der Zivilgesellschaft in den Ländern, in denen die Heinrich-Böll-Stiftung sich heute einmischt. Aber für sie war es vielleicht jetzt noch bequem, denn wer von ihnen und uns ist schon ein Künstler wie Böll, aber jetzt wird es unbequem, denn Böll gibt der Verbindung von Freiheit der Kunst mit der Freiheit des Gewissens eine Wendung, die jeden und jeder Einzelne von uns zu Akteuren der Freiheit macht. Dieser Wendung verleiht er 1984 eine Sprache, als er begründet, warum Rupert Neudeck, Journalist und Menschenrechtsaktivist, einen Preis verliehen bekommt, der eigentlich Künstlerinnen gewidmet ist. Böll greift zurück auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Poesie. Poein Griechisch heißt auch Dichten, Erdichten, ja, aber vor allem heißt es Machen. Die Aristoteles-Kenner unter ihnen wissen das. Machen heißt Poetisch sein, dem Tun wohnt eine eigene Poesie inne. Böll Es ist schön, ein hungerndes Kind zu sättigen, ihm die Tränen zu trocknen, ihm die Nase zu putzen. Es ist schön, einen Kranken zu heilen. Ein Bereich der Ästhetik, den wir noch nicht entdeckt haben, ist die Schönheit der Gerechtigkeit. Über die Schönheit der Künste eines Menschen, der Natur, können wir uns halbwegs einigen. Aber Recht und Gerechtigkeit sind auch schön. Und sie haben ihre Poesie, wenn sie vollzogen werden. Diese Ästhetik des Humanen macht sie alle heute hier Abend zu Künstlerinnen und Künstlern, zu Schöpfenden, Gestaltenden unserer Wirklichkeit. Und natürlich und überhaupt nicht zufällig ist es von hier nicht weit so Josef Beuys berühmten Satz Jeder Mensch ist ein Künstler. Sich selbst die Freiheit zur Einmischung zu nehmen, sich selbst poetisch oder poetisch machend den Themen zuzuwenden, die da heißen können, Klima, Flucht, Artensterben, Landwirtschaft, Digitales, Bürgerrechte, Außenpolitik, Kultur, das ist die Ästhetik des Humanen, die jede und jeder von uns als freier Mensch gestalten kann und soll. Es war eine jüngere Generation im Alter seiner Söhne, denen die Kraft dieser Poesie des Tuns zum Leitbild wurde, zur gestalterischen Idee und die mit dem Namen Bölz verbunden bleiben wollte. Ein kleines Stück Stiftungsgeschichte 1986 entschied das Verfassungsgericht in Karlsruhe über eine Klage der Grünen die politischen Stiftungen als Instrumente verdeckter Parteienfinanzierungen unter die Lupe genommen hatten. Nach der verfassungsrechtlichen Klärung war der Weg frei für die Anerkennung einer grünnahen Stiftung. Heinrich Böll war gerade ein Jahr tot. Lukas Beckmann, damals Vorstandssprecher der Grünen und kluger Seismografiker, fuhr zur Böll-Familie. Er trug ihnen die Idee vor, den Namen Heinrich Bölls, der für Glaubwürdigkeit und Vertrauen weit über das grüne Milieu hinaus stand, für eine grünnahe Stiftung zu verwenden. Wie kam Beckmann darauf? Sie haben es sicher bemerkt. Haltung und Einmischung, Glaubwürdigkeit und Freiheit, Poesie und Politik. Eine Verbindung und Verknüpfung von ethischen, künstlerischen und politischen Aspekten, die für die Böll-Stiftung heute im Verbund mit ihren 16 Landesstiftungen und ihren 33 Auslandsbüros steht. Was uns heute geradezu folgerichtig erscheint, war ein längerer Suchprozess und ein Weg der Auseinandersetzung im urgrünen Milieu. Zunächst standen der Idee Beckmanns drei Probleme im Weg. Erstens, Böll war ein Mann, zweitens, Böll war Katholik und drittens, Böll war bürgerlich. Anne-Marie Böll riet Beckmann zu, mit der so nüchternen wie standhaften Begründung, kontroverse Debatte um die Person Heinrich Bölls sei die Familie gewohnt. Beharrliche Argumentationen, aber vor allem der Fall des Eisernen Vorhangs, der reale Begegnungen mit Dissidentinnen aus der untergegangenen DDR und dem Ostblock schuf, reale Begegnung mit deren Hochschätzung Bölls und mit deren Anspruch auf politische Gestaltung der kostbaren Freiheit, beharrliche Argumentationen also und das stärkere Gewicht bürgerrechtlicher Themen trieben die Diskussion so weit, dass die drei im Jahr 1997 fusionierten grünnahen Stiftungen den Namen Heinrich Böll als gemeinsamen annahmen. Ist das alles Geschichte? Nein. Die Poesie des Tuns ist in der Satzung der Stiftung verankert in dem, was wir auf Bundesebene, was wir auf Landesebene und was wir in 33 Ländern tun, ist es verankert und es lebt. Nicht nur darin, dass ein gewisser Anteil der Mittel, der Stiftungsmittel der Kunst vorbehalten bleibt, sondern in der realen Unterstützung für geflüchtete Künstlerinnen und Künstler, die im Böllhaus in Langenbruch für eine Zeit leben und arbeiten können. Die Poesie des Tuns lebt in Kunstaktionen, in Ausstellungen, zum Beispiel der zum 100. Geburtstag Heinrich Bölls. Sie lebt auch in einem Planspiel, das wir gerade im Stiftungsverbund mit Mitarbeitenden aus den Ländern und in Berlin entwickelt haben. Spiel dich fit für Vielfalt. Böll hätte das gefallen. Ein Spiel für Berufsschülerinnen, das Emotionen und dabei das Sensorium für Humanität und Vielfalt im alltäglichen Zusammenleben verfeinert. Die Poesie des Tuns lebt in der Verteidigung des Leitsatzes der Stiftung Einmischung ist die einzige Möglichkeit realistisch zu bleiben. Bestritten bekämpft wenig Willkommen mit Empörung und sogenannten Agentengesetzen als illegitime Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten belegt. Lebt die Poesie des Tuns in den Mitarbeitenden in unseren Auslandsbüros. Tägliche Beweise mutiger Arbeit im politischen Hochrisikobereich. Aber Böll hätte nichts bewirkt, wenn wir nicht auch konstatieren würden, das Land, in dem wir die Luft der Freiheit atmen, den freien Geist der Liberalität genießen, gab es so zu Zeiten von Heinrich Bölls Frankfurter Reden noch nicht. Heinrich Böll, furchtloser Führer durch eine autoritäre, von brüchigen Tabus gequälte Republik, Mitstreiter der frühen grünen Bewegung, der Anti-Atomkraft Bewegung, der Friedensfrauen und Menschenrechtsgruppen, alle gemeinsam, haben sie mit ihren Freiheitsansprüchen den Westen liberalisiert. Ich idealisiere das nicht, es gab Irrungen und autoritäre Versuchungen aller Art, aber die freiheitliche Luft, die da wehte, haben die, die hinter dem eisernen Vorhang hockten, als Wind of Change für ihre eigene Befreiung genutzt. Es ist Zeit, liebe Freundinnen und Freunde, wieder Heinrich Böll in die Hand zu nehmen und zu lesen. Wie unsere Stipendiaten das mit einer kleinen Broschüre getan haben. Es ist wieder Zeit nachzulesen, wie sich die Freiheit des Gewissens nicht einschüchtern lässt, wie man mit geerdeter Humanität den Argumenten einer lauter und scheinbar mächtiger werdenden illiberalen Internationale entgegentritt. Woher nehmen wir die Kraft und die Kunst und uns den diskursiven Zumutungen entgegen zu stellen, die uns mehr über die sozialen Medien als leibhaftig erreichen. Das Entscheidende, das wir brauchen, ist Haltung. Eine Haltung der inneren Freiheit und der Gewissensbindung. Das ist das Entscheidende und für den Rest kann man ein Argumentationstraining bei Green by Green by Green Campus buchen. In unseren eigenen Gedenkbroschüren entdecke ich oft den Satz Öffentliche Intellektuelle wie Heinrich Böll gebe es heute nicht mehr. Natürlich war Heinrich Böll eine einzigartige Persönlichkeit, aber die öffentlichen Intellektuellen die Worte finden gegen die Unmenschlichkeit, gegen den Hass, gegen die zentrifugalen Kräfte, die diese Gesellschaft auseinandertreiben, die sich linke Aktionsformen bedienen, um rechte Ideale und rechtes Denken von Ungleichwertigkeit zu verbreiten. Diese öffentlichen Intellektuellen gibt es und sie haben nicht nur, aber auf jeden Fall in der Stiftung eine Heimat und sie sind auch weiblich, auch nicht katholisch und manche bürgerlich. Mit Firidun Saimoglu und seinem neuen Roman Evangelio haben wir einen unter uns. Ich nenne Katja Petrovskaya, die Ingeborg Bachmann, Preisträgerin, ich nenne Asli Erdogan, die türkische Physikerin und Schriftstellerin und ich nenne die Publizistin Karolin Emke, die 2016 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt. Und würde ich Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde, nicht sagen, dass das folgende Zitat von ihr ist, würden Sie nicht glauben, dass es nicht von Heinrich Böll stammt. Den Hass nicht erst ab dem Moment zu betrachten, wo er sich blindwütig entlädt, eröffnet andere Handlungsoptionen. Für bestimmte Formen des Hasses sind Staatsanwalt und Polizei zuständig, aber für die Formen der Ausgrenzung und Eingrenzung, für die kleinen und gemeinen Techniken der Exklusion in Gesten und Gewohnheiten, Praktiken und Überzeugungen, dafür sind alle in der Gesellschaft zuständig. Den Hassenden den Raum zu nehmen, sich ihr Objekt passgenau zuzurichten, dafür sind wir alle als Zivilgesellschaft zuständig. Das lässt sich nicht delegieren. Denen beizustehen, die bedroht sind, weil sie anders aussehen, anders denken, anders glauben oder anders lieben, verlangt nicht viel. Es sind Kleinigkeiten, die den Unterschied ausmachen können und die den sozialen oder diskursiven Raum für diejenigen öffnen, die aus ihm vertrieben werden sollen. Vielleicht ist der wichtigste Gestus gegen den Hass, sich nicht vereinzeln zu lassen, sich nicht in die Stille, ins Private, ins Geschützte des eigenen Refugiums oder Milieus drängen zu lassen. Vielleicht ist die wichtigste Bewegung die aus sich heraus, auf die anderen zu, um mit ihnen gemeinsam wieder die sozialen und öffentlichen Räume zu öffnen. Jene, die dem Hass ausgeliefert sind und sich darin alleingelassen fühlen, die fühlen sich wie die klagende Stimme im Psalm, versunken in tiefen Schlamm, wo kein Grund ist. Sie haben keinen Halt mehr, sie fühlen sich in Wassertiefen geraten und die Flut schwillt über sie her. Es gilt, sie nicht allein zu lassen, ihnen zuzuhören, wenn sie rufen, nicht zuzulassen, dass die Flut des Hasses weiter anschwillt. Einen festen Grund zu schaffen, auf dem alle stehen, darauf kommt es an. Einen festen Grund schaffen, das tun wir auch mit dieser Veranstaltung hier in der neuen evangelischen Akademie, die von den Taunushöhen in Arnoldsein heruntergewandert ist, in die Frankfurter Innenstadt und die hoffentlich den Geist der Freiheit, des Denkens und der Leidenschaft für den Frieden, der die Arnoldseiner Akademie immer geprägt hat, mitgenommen hat. Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns realistisch bleiben. Danke für die Aufmerksamkeit. Applaus